Yo, ihr Lieben, so, so, wow, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal wieder ein frisches Minecraft Thunder Games Kit und zwar spielen wir heute mit dem Morpher Kit. Und die Fähigkeiten des Morpher Kits sind, er bekommt beim Töten eines Spielers die Fähigkeiten des gegnerischen Kits. Und die Ausrüstung ist eine gelbe Lederjacke, gelbe Leder Schuhe, Leute. Und wie es im Titel steht, sind es praktisch alle Kits im einen Verein, das heißt, wenn ich jemanden kill, habe ich einfach sein Kit. Ja, da haben sie recht. Leute, ich glaube, das wird auch die einzige Runde heute, weil wir sind jetzt schon acht Leute nur in der Runde drin. Deswegen wird es ein bisschen kritisch, da noch eine Runde zu finden. Nur die Frage ist halt, wen juckt. Aber vielleicht ist es auch einfach für uns, so eine Runde zu holen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja! Ey, Mann, da ist eins von diesen Moleviech. Hallo, du Viech. Alter, scheiße. So, nachdem wir einigermaßen gutes Equip haben, gehen wir ja zum Klassen dieses Moleviech weg, Alter. Das hat gar keine Chance gegen uns. Das werden wir ja sehen. Ey, Leute, ich habe mir original selbst Päusen gerade gegeben. Bin ich scheiße, ey. Ja, da haben sie recht. Da hast du erste Flasche. Okay, Leute, ich würde ja mal sagen, wir machen uns auf den Weg zu unserem ersten Gegner, der ist direkt in der Nähe. In der Tat. Ja, Leute, Alter, wir haben ihn bekommen. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Ey, Leute, der nächste Gegner ist in 24 Blöcken Entfernung. Wo ist er? Ey, komm her. Den holen wir uns, Leute. Wir lassen uns... Surprise, motherfucker. Ja, moin. Ey, Finale, Leute. Ich sage es auch noch. Finale. Nö. Se, no. Aber der Ping hat halt nicht mitgespielt. Schlechte Verbindung. Ne. So, Leute. Das soll es dann auch von dem Video gewesen sein. Ich weiß, es ist ein bisschen kürzer. Aber ich finde in Ender Games jetzt einfach keine Runde mehr. Weil extrem spät. Aber da würde ich mal sagen, schaut euch die anderen Videos an. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.